Herzlich willkommen bei S21-BauTV. Wunderbarer Blick auf B3. Eckgelegenheit. Erstmal noch Dankeschön für die Genehmigung. Und im Hintergrund B4, da liegen schon die ersten Bewährungsstäbe. Und jetzt werde ich mal hier unten durchzoomen. Lass es nochmal suchen. Wo sind wir denn? Also rechts B3. Brillenwandkelch Nummer 3. Im Hintergrund Nummer 4. Da wird gerade dran gearbeitet. Und links die Anschlüsse an den Zulauftunnel. Das werden also mal unsere Fahrspuren sein. Sehr schön zu sehen. Und dazwischen Notausgang von Bahnsteig 3 müsste das sein, wenn wir da bei B4 sind. Danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschau.